Guten Tag und herzlich willkommen Frau Fuchsbicher. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns einen Einblick in das altersangepasste Service und die Umgebungsfaktoren geben. Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich mein Wissen heute mit Ihnen teilen darf. Zu Beginn bitte ich Sie, dass Sie uns einen kurzen Überblick geben über die Themen, die Sie heute gerne mit uns besprechen werden. Sehr gerne. Ziel ist es, die Umgebungsfaktoren sowie das Service an die Bedürfnisse der älteren Menschen anzupassen, damit sie so lange wie möglich selbstständig beziehungsweise eigenständig essen und trinken können. Im Laufe des Lebens kann das Sehvermögen eingeschränkt werden. Daher müssen viele Vorkehrungen im Service getroffen werden, wie zum Beispiel die Wahl der Teller oder der Tischwäsche. Das Hörvermögen ist meistens verringert. Dadurch ist auf die Umgebungsgeräusche zu achten. Die älteren Menschen können aufgrund des Abbaus ihrer Muskulatur nicht mehr so gut greifen. Daher ist es wichtig, dass das Besteck und die Trinkgefäße auf Sie angepasst werden. Vielen Dank für den kurzen Überblick. Im nächsten Teil möchte ich gerne mit Ihnen genau die Umgebungsfaktoren durchbesprechen. Um beim Betreten des Speiseraums ein heimisches Gefühl zu verspüren, ist die Farbauswahl ausschlaggebend. Dies betrifft vor allem Wände, Fußböden und Dekorationen. Vor allem helle, warme Farben laden zu einer angenehmen Atmosphäre beim Essen ein. Wohingegen dunkle Farben ein erdrückendes Gefühl in einem auslösen und somit den Hunger eindämmen. Sie haben die Dekoration angesprochen. Worauf sollte man dabei achten? Die Tischdekoration muss so gewählt sein, dass sie zum Essen einlädt und den Jahreszeiten sowie den dazugehörigen Festen entspricht. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Tische nicht so überfüllt sind, damit die älteren Erwachsenen sich zurechtfinden. Was halten Sie von einer Hintergrundmusik während der Essensaufnahme? Technische Geräte, wie zum Beispiel Fernseher oder Radio, sollten wenn möglich ausgeschalten werden, da ältere Erwachsene mit Kau- und Schluckstörungen sonst Probleme haben. Sie müssen sich sehr auf ihre Nahrungsaufnahme konzentrieren, da sie sich sonst verschlucken können. Zu Beginn unseres Gespräches haben Sie den Punkt des Tischdeckens angesprochen. Worauf sollte man hier beachten? Durch das eingeschränkte Sehvermögen muss der Tisch kontrastreich gestaltet werden. Dabei ist zum Beispiel auf die Farbauswahl von Tischdecken, Servietten etc. zu achten. Es ist wichtig, dass sowohl die Teller als auch die Servietten sich vom Tisch abheben, da ältere Erwachsene sich sonst schwer tun, diese zu erkennen. Weiters ist es sehr wichtig, dass man unter dem Tischtuch ein Molton als rutschfeste Unterlage verwendet. Das Molton soll verhindern, dass das Tischtuch verrutscht, wenn die älteren Personen vom Tisch aufstehen. Dadurch werden auch Unfälle vermieden. Weiteres dämmt die rutschfeste Unterlage verschiedenste Geräusche. Sie haben uns nun einige Informationen bezüglich der Tischtücher und Smalltons geliefert. Jedoch welche Art von Tischtüchern sollte man am besten in der Praxis verwenden? Um die Umwelt nicht zu sehr zu belasten, empfehle ich ein schönes, neutrales, gewachstes und abwaschbares Tischtuch. Dieses muss nicht nach jedem Gebrauch gewaschen, sondern kann einfach gereinigt und desinfiziert werden. Da unser fiktiver Tisch nun mit einem Tischtuch, der passenden Dekoration und Servietten eingedeckt worden ist, fehlt uns nur noch das Besteck. Welches Besteck können Sie uns hierbei empfehlen? Man soll auf die Wahl des Bestecks sehr großen Wert legen, da ältere Erwachsene sie teilweise nicht mehr gut in der Hand halten können. Entweder man bastelt sich selbst ein Besteck mit dickerem Griff, verwendet einen Griff zum Aufstecken oder erwirbt ein Spezialbesteck in einem Fachgeschäft. Dies kann natürlich sehr kostspielig werden. Empfehlenswert ist es, die betroffenen Personen dazu zu motivieren, dieses Besteck zu verwenden, damit sie so lange wie möglich selbstständig Nahrung aufnehmen können. Älteren Erwachsenen fällt es oftmals schwer, ihren Suppenteller zu kippen, um den letzten Rest der Suppe auszulöffeln. Hätten Sie hierbei vielleicht noch Praxistipps? Die richtige Tellerwahl ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn ältere Erwachsenen den Teller nicht mehr hochheben können. Es gibt entweder die Möglichkeit von einem aufsteckbaren Tellerrand für einen regulären Teller oder einen Spezialteller, einen sogenannten Suppenteller mit einer schräg verlaufenden Oberfläche. Durch die schräg verlaufende Oberfläche kann die Flüssigkeit an den unteren Rand des Tellers fließen und ist so für ältere Erwachsene leichter auszulöffeln. Weiteres empfehle ich rutschfeste Untersetzer oder rutschfeste Böden, die in den Teller integriert sind. Ältere Erwachsene können durch die neuen farblich passenden Teller das Essen besser erkennen und haben somit mehr Freude am Essen. Haben die älteren Erwachsenen im Speiseraum eine freie Platzwahl oder wird der Tisch hinzugeteilt? Die Gesellschaft spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, oder? Hier sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Nicht nur die optische Gestaltung des Tisches spielt eine wichtige Rolle, sondern auch die Gesellschaft am Tisch sowie die Umgebungsgeräusche. Aus diesem Grund gibt es meist freie Platzwahl. Damit die Umgebungsgeräusche nicht die Nahrungsaufnahme der älteren Erwachsenen beeinflussen, empfehle ich eine ruhige Essumgebung. Das soll jedoch nicht heißen, dass ältere Erwachsene nicht miteinander kommunizieren dürfen. Ganz im Gegenteil, sie sollen sogar Tischgespräche führen. Das stärkt ihre Gesichtsmuskulatur und beugt somit Sakopänie vor. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für die Information über die Raumgestaltung und über das Tischdecken. Nun möchte ich fortfahren mit der korrekten S-Position. Für alle Personen, die ihre Mahlzeiten im Speisesaal zu sich nehmen, ist es von großer Bedeutung, dass sie eine 90-Grad-Sitzposition aufweisen. Für all jene, die im Rollstuhl sitzen, sollten die Fußklappen hochgeklappt werden, damit sie ebenfalls eine 90-Grad-Position aufweisen können. Viele ältere Personen sind in ihrer Mobilität schon eingeschränkt und können somit ihre Speisen nicht mehr im Speisesaal zu sich nehmen. Welche Tipps haben Sie hierfür? Für bettlägerige Personen ist eine 90-Grad-Sitzposition wichtig, damit das Schlucken erleichtert wird und die Speisen im Magen bleiben. Das erleichtert die Verdauung und reduziert den sogenannten Reflux. Wie kann man das Ganze nun in die Praxis umsetzen? Es gibt die Möglichkeit, mit Hilfe des Baumprinzips oder der Checkliste eine individuelle Unterstützung im Bereich der Umgebungsfaktoren anzubieten. Vielen Dank für die zahlreichen Inputs, die Sie uns bis jetzt gegeben haben. Nun schauen wir uns das Baumprinzip anhand eines Beispiels an. Dazu möchten wir unseren nächsten Gast begrüßen. Hallo Manuela, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich darf das Wort an dich weitergeben. Vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Wie kann man das Baumprinzip nun in der Praxis anwenden? Es handelt sich dabei um eine Methode der Ernährungsgeragogik. Sie dient zur individuellen Unterstützung im Alltag und trägt zur Verbesserung des Verhaltens von älteren Erwachsenen bei. Am besten gebe ich dir ein Beispiel zum Thema Besteck, um es dir besser zu veranschaulichen. Ja bitte, das würde mir echt weiterhelfen. Wir beobachten einen älteren Erwachsenen bei der Handhabung des Bestecks. Wir beachten, wie wird das Besteck aufgenommen, wie wird es gehalten und wie wird es zum Mund geführt. Es hört sich interessant an. Wie gehen Sie nun weiter vor? Nach der Beobachtung analysieren wir diese und stellen fest, ob das herkömmliche Besteck ausreicht oder in ein altersangepasstes Besteck getauscht werden soll. Damit können die älteren Erwachsenen auch in Zukunft selbstständig essen. Okay, gibt es dazu unterschiedliche Vorgehensweisen? Ja, eine Methode wäre das Dokumentieren mit der Checkliste, welche ich vorhin bereits erwähnt habe. Erfolgt nach dem Beenden der Analyse noch ein weiterer Schritt? Ja, nach der ausführlichen Analyse erfolgt die Umsetzung. Diese wird individuell auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten der älteren Erwachsenen abgestimmt. Weiteres kann man Verbesserungsmaßnahmen treffen, indem man rutschfeste oder dickere Griffe verwendet. Zu guter Letzt fehlt uns noch der Buchstabe M. Wofür steht dieser? Genau, M steht für Motivation, denn ohne diese ist keine Präventionsmaßnahme erfolgsversprechend. In vielen Fällen ist es den Betroffenen unangenehm, dass sie nicht mehr selbst essen können. Daher ist es wichtig, sie zu motivieren, dieses altersangepasste Besteck zu verwenden, damit sie selbstständig Essen aufnehmen können. Reicht ein einmaliges Motivationsgespräch mit der betroffenen Person aus? Nein, meist eher nicht. Es bedarf mehrerer Einzelgespräche mit Motivation, Zeit und Engagement. Vielen Dank für die ganzen wertvollen Tipps. Sehr gerne. Ich hoffe, dass du nun einige Tipps von mir in deinen Alltag integrieren kannst und wünsche dir weiterhin noch alles Gute. Nun sind wir schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich möchte mich recht herzlich bei unseren Gästen Manuela und Frau Fuchsbichler bedanken. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuseherinnen und Zusehern und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Motivation.